Parteien zur Bundestagswahl Heute Maria Feldfrau, Vorsitzender der Partei Die Deutsche Syndikat Äh, Verzeihung, DAS Liebe Schuldnerinnen und Schuldner, Bundestagswahl, Sie sind der Staat und der Verlierer. Wollen Sie zu den Gewinnern, der Globalisierung gehören oder zu Schlacken, im Klutofen derselben? Haben Sie genug kriminelle Energie? Können Sie sich überwinden bei einem Essen mit Angela Merkel? Dann machen Sie Ihr Kreuz bei uns, dem Deutschen Syndikat, denn das Gute siegt, aber das Böse arbeitet mit Gewinn. Für den Inhalt der Wahlwerbesputz trägt einzig die Satire Verantwortung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017